Hallo, hallo, das ist immer wieder. Ein Part, äh, der Drainford Deck von Artbound. Und, ähm, ich habe herausgefunden, wo wir hin müssen. Glaube ich. Ach, lecker. Ohne Schüss. Wir haben jetzt Zombies in den Arsch getreten. Und da gehen wir jetzt einfach mal zurück nach Thread. Thread, oder wie der komische Kack auch immer hieß. Spam. So, die dürften jetzt echt kein Problem mehr sein, meine ich. Wenn die meine Leute irgendwie mal treffen würden. Ähm, wie gesagt, zurück nach Thread. Denn wir haben die Zombie-Plage ausgelöscht. Und rein theoretisch müssten die uns doch jetzt mit offenen Armen und offenem Hinterteil empfangen. Denn es, Jesse und Tim wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. Jawohl! Level up. Sehr schön. Das gefällt dem Papa. Oh Baby, ja. Das ist supi. Dann kann er direkt mal ein bisschen reparieren, der Sack. Bazinga. Gehst du jetzt wohl hoch? Wieso greift mich diese Kakerlaken immer noch an? Der sieht so aus, als würde er sich über den Dreck im Keller beschweren. Für alle, die das noch nicht wissen. Mich gibt es jetzt auch auf Facebook. Also seid so gut, shoot den netten Andi gefallen. Seid so lieb und liked mal die Seite. Ich bin bestimmt keine Like-Hure, aber... Würde mir wirklich viel bedeuten. Und es gibt immer Updates über meine aktuellsten Videos und so. Also... Oh, es gibt Nacktfotos von mir. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wer Nacktfotos von mir haben möchte. Womit ich jetzt meine Likes wieder voll verkackt habe. Egal. Für die, die Mega-Man nicht gesehen haben und es nicht wissen. Ich habe mir die rechte Hand verstaucht. Nicht beim Wichsen, nein. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt die meisten von euch dachten. Nein. Sondern beim Halloween. Feiern. Wie genau? Verrat ich nicht, aber... Voll schön. Ja, sie. So, wie wir jetzt noch... Puh. Gerade noch umgedreht. Hm, wir könnten mir an Deals ärgern. Hm. Hm. Könnt ihr mal treffen, ihr Säcke. Wow, 21. Wow. Ich habe ganz vergessen, dass meine Truppe voll für den Arsch ist gerade. Klasse. Von zwei Fröschen auseinandergenommen. Jawohl, Nest trifft wenigstens. Wie viel haben die denn? Ey, so langsam reicht es mir aber mal. Okay, genug ist hier noch. Jetzt, 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 jetzt ist es, jetzt reicht es mir. Hat Jesse es jetzt? Psythunder. Ach, two enemy. Okay. Ich habe mich gerade schon gewundert. Psythunder. Das müsste eigentlich... Wie ist das? Das sind Frösche. Frösche Wasserwesen. Wieso klappt Blitz nicht? Hat da irgendjemand die Elementen-Pyramide nicht gelernt? Das weiß doch jeder, der Pokémon kennt. Raichu setzt Donnerblitz ein. Es ist nicht effektiv gegen Shiggy. Hm, hm. My ass. Ich glaube, dieser Frosch imitiert gerade das Bild der Denker. Jo. Wenn er endlich mal stirbt, kommen wir mal zurück nach 3D. Ich will in diesem Paar auf jeden Fall zurückkommen. Jetzt zückt er den scheiß Frosch doch schon. Yay. You won. Quantron. Jawohl. Jawohl. Level... Leveloop. Ich weiß nicht. Level-Up hat mich bei Games immer, immer hochgezogen. Na, ihr wisst Bescheid. So. Ich glaube, ich muss runter. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal meinem Gefühl nach. Und mein Gefühl geht... Was ist das denn hier wieder für eine Gruseligkeit? Wo ist dieser Krokoman? Weil der es so im Schwanz steht. So, wir heilen jetzt erst mal. Psy, das ist... Live-Up mein ich. Jessie. Jessie macht jetzt einfach mal. Weil es mir scheißegal ist. Wieso... Wieso nur an einen? Bei dem Frosch wirkt das nicht. Testen einfach mal. Und der... Ah, hat der nicht diesen HP-Sucker? Macht der mal bei dem Frosch. Komm schon. Wieso klappt das denn jetzt? Und das ist doch normalerweise an alle Gegner, oder nicht? What the fuck just happened? Wer hat wieder an meinem Spiel rumgefummelt? Wer von... Ja, du. Ich weiß Bescheid. Es tut mir leid. Aber das Ganze... Wir kommen in diesem Part noch zurück nach 3D. Und wenn ich das Spiel umprogrammieren muss. Wenn der Krokoman hier mich besiegt, kriege ich einen Schreikrampf. So, Live-Up. Nest, heil dich mal. Jessie, shoot und du... Ich will eigentlich, dass du betest, weil du kannst gar nichts. Was kann Tim eigentlich? Außer Sachen reparieren. Und draufkloppen. Und spien. Man könnte ja mal aufwinden... Wie kann man dieses fette Vieh nicht treffen? Selbst Tim trifft das Ding. Und tötet es. Oh, sick and thought. That's cool. Jetzt langsam kriege ich Paras von den Hintergründen. Lauf, Nest. Lauf, bitte. Ich hab das Gefühl, ich mach hier nur Runden. Oh mein Gott, lass mich doch einfach nur raus. Ich will doch einfach nur zurück nach 3D. Ist das denn zu viel verlangt? Was hat der gemacht? Ist mir jetzt egal, was der gemacht hat. Der will jetzt noch ein bisschen Sea Thunder, weil ich hab jetzt ja keinen Bock mehr. Stirb schon. Wie soll das keinen getroffen? Wird keine Sense, this is a dad make. Trotzdem bekomme ich Pipeta für abgezogen. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ich glaube, ich muss dich mal eine... Eine... Eine Freund von mir... Wat? Ja, schluck du Frosch. Wenn ihr Freund von mir vorstellt... Ah, nein. Ah, verpiss dich einfach nur. Ich hoffe, das rumzuhüpfen. Mach da mal wat. Kann ich die Psi-Teleport oder sowas? Da kann ich erst später lernen. Ja, das war mir klar. Das war mir sowas von klar. Ja, dann komm rein mit hinter uns. Hallo Frosch. Du musst leider sterben. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Jetzt verreckt elendig. An den 18 HP Damage, die wir dir machen. Und Nest, warte, 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 hat der denn gesoffen, oder wat? Boah! Boah, wenn das so weitergeht, brauchst du mir ein Käppchen wieder, ey. Ich will doch einfach nur zurück nach Fried. Ist das denn zu viel verlangt? Ist das denn zu viel verlangt? Oder habe ich irgendwas Großes übersehen? Das kommt davon, wenn ich so ein Spiel blind let's playe. Wisst ihr Bescheid, ne? Eine Frage. An alle, die das jetzt zusehen. Was glaubt ihr, wie viele Parts brauchen wir noch? Ungefähr. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob wir zwei oder drei von den Soundstones haben. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, volle Mörse vergessen. Ähm. Aber wer hat Knorke, wenn... Oh, was soll ich heilen? Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her, Smetbo. Heile meine Klöten. Dankeschön. Oh, verdammt. Ich habe die Maus gerade jetzt in dem Bild gehabt. Kann das sein? Ah, ist das nervig. Das verriert sich aber auch immer wieder, ich alter Sack. Da habe ich jetzt nach acht Minuten gemerkt. Ja, wo? Ja, supi. Was ist das denn hier? Ach, stimmt ja. Es geht zurück nach Thread. Thread, Thread. Es geht zu Thread. Zurück nach Thread. Wir gehen, schleppen runter. Ness, Jesse oder Tim. Wir sehen, was ist drunter. Ein Coffin. Aber kein Bin. Bin ist ein Mülleimer. Und da sind normalerweise immer Schätze drin. Deswegen macht das Sinn. So, jetzt reichen wir aber mal. Wie groß kann denn diese Unterwelt-Kacke hier sein? Ja, Treppe. Dati fällt mir. Und diese scheiß Geister sind weg. Jetzt hat er da unten gebaut. Die Mucke ist geil. Wow. Das sieht ja voll fröhlich aus. Und das macht mich halt auch wieder voll fröhlich. Hallo. Komisch Leute, nichts anderes zu tun haben, als hier rumzutanzen. Wie geht's euch? Wie geht's dir, mein Freund? Das war die Karte. Hallo? Hämmert da links oben Ness sein Kopf gegen die Wand? Das ist Threed. Bam, bam, ich bin da. Bam, bam. Sehr schön. Hallo, mein Schatz. Nein, das wollte ich drücken. I really didn't think those kids could have saved the town. Who would have ever imagined it? Thank you for bringing peace and happiness back to Threed. Thanks. Peace. Love. Hippie. I won't forget you. Would you come back to Threed sometime? The leader of the monsters is gone. The ghosts in the tunnel have disappeared. The bosses can get through the tunnel now. Cool. Geil. Geil. Hi, Schatz. Was sind wir? All righty. Okay. That's cool. Friedhofs-Typ, der da an Friedhof und Rummengen tagsüber. Friedhöfe an allen Tagen. Hallo, Brillen, Heini. I want to go from the desert and on to the big city. I want to see the city and I want to smell the big city. I really like the urban type of guy. Ja, sieht man, du bist wirklich, also 50 Cent ist gar nichts gegen dich. Was kannst du mir sagen? Thank you. Sweet. Jawoll. Sweet. Einer will, das bin ich. Verdammt, ich lebe in Threed. Scheiße. Hallo, dicker Mann. Your heroes. That rocks. Also ich hab noch nie, ich hab noch nie Your heroes gesehen. Ich war, ich weiß, dass es Sinn macht. Und im Internet wird man geflamen, wenn man Your und Your verwechselt. Aber, was kannst du mir sagen? I had to run all over to escape the zombies. Now I can't remember where my house is. Das ist witzig. My town used to be dark, but thanks to you, now it's bright. Und Arnold Schwarzenegger ist immer noch da. So, gehen wir mal nicht so gut rein und gucken, wot, 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 ja. Fotos! Woooo! Pictures taken instantaneously. I'm a photographic genius, if I do say so myself. Okay, get ready for an instant memory. Look at the camera. Ready, say Fuzzy Pickles. Fuzzy Pickles. Und keiner der beiden andern gegrinsen soll am Ansatz. Wow, what a great photograph. It will always bring back the fondest of memories. Das ist halt die Fresse und ich werde mich in den scheiß Zirkus rein. Meine Fresse. Oh, die Zombies sehen nicht so lecker aus. Okay, was kannst du mir sagen? You made our life peaceful. I can sleep again. It's like I used a bunch of peace paper, right? Ja, du was, ja, ich will jetzt gar nicht sagen. The town is at peace, but my wife and kids won't speak to me. What's the problem? Keine Ahnung, weil du ekelhaft bist. Oder scheiße. It became really quiet peaceful compared to before. The monsters are no longer in this tunnel. That drone-play object, how good was the glasses was on board. The crab landed near the graveyard, right? Can you fix it? Bestimmt. Bestimmt. Was können wir, es gibt es noch? No, you can go through the tunnel any time you want. Ja, ja, laber mich nicht voll. Was ist da im Friedhof? Was ist da im Friedhof? Das will ich ganz kurz nochmal abchecken, bevor es dahin geht, wo wir halt eben hingehen. Haltet die Fresse, wir gehen jetzt da oben hin. Eh, smelly man. So ist irgendwas runtergekracht, hab ich gehört. Wehe, gibt's keinen. Ich wusste, dass das da keinen Eingang gibt. Und warum auch? Ja. Ganz irgendwie jetzt zurückgekehrt. Scheiße, könnte ich auf einmal eine Scheiße tun. Ich kriege die Kratze. Ich kriege so einen Kotzen. Ich schwöre es euch. Ich hole die noch kaputt. Wo ist die Scheiße denn jetzt? Das ist ein Baum. Ness und die anderen beiden laufen durch den Friedhof, den sie haben keine Ahnung, wo sie hin müssen und wurden von einem Typ aus dem Zirkus gerade vollkommen verarscht. Egal. Übrigens, Leute. Wann ziehen wir eigentlich mal die Klamotten aus? Wir haben doch jetzt drei Endbosse besiegt. So langsam wird's eklig. Und ich muss mal ganz kurz gleich mit Mami anrufen. Drugstore. Warum verkaufen sie die Drogen? Hey, Shy Guy. Komm her. Zombie-Synchers sind nicht mehr in der Luft. Oh yeah. Ihr habt euch die Monster geholfen. Hippitidu. So. Safe State. Jawohl, danke schön. Hi, Omi. Ich dachte, es war etwas mehr für euch, als nur dein Lachen. Danke. Wer lebt euch in diesem Haus? Keiner. Ich glaube, ihr habt dem Jungen sein Haus gefunden. Na ja, er wird's schon selber wiederfinden. Ist ja nicht so, als hätte er 3D jetzt die Megaanzahl an Häusern. So, wo gab's denn den Bus-Stop? Wo ist der Bus? Okay, hier ist er nicht. Nee, es ist nur seine Freunde. Auf der Suche nach dem Bus-Stop. Werden sie ihn finden. Wird dieser Part jemals lustig? Und wo zur Hölle ist eigentlich Andis guter Humor hingegangen? Einfach hier eine Pizza essen. Verdammt der Kacke, wo ist denn dieser Drecks-Bus jetzt? Hier ist es auch Sackgasse. Wo ist der Bus? Karte, verrat es mir noch schnell. Ja, ich habe aber Probleme hier. Äh, Trozan to Desert. Nach rechts. oh ich glaub das macht Sinn Ok, Leute, das ist letztes Hotel. Das Hotel ist nämlich in der Mitte der Stadt. Da, 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 da oben ist es. Go, 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 go. 30 Sekunden auf den Ende der Part. Lauf, lauf, lauf. Hört mal, Leute. So langsam müsste ich mal kacken nachts bei Endbossen. Dann eine Chance, dass wir mal einen Klo halten können. Hier, macht sich den Bäumen. Oh yeah, thanks. Ich bin voll am Hotel vorbeigelaufen. Zehn Sekunden habt ihr noch. Neun. Acht. Nein! Hier geblieben. Fuck. Arschloch, scheiß Bus. Wie im richtigen Leben. Wir sehen uns, wenn der Bus da ist, Leute. Bis gleich.